Hey Leute und herzlich willkommen zu Lush Adventskalender Türchen Nummer 22 und hier haben wir Sleepy Badebombe exklusiv erhältlich im Lush Adventskalender mit dem neuen Design natürlich und Mond und Sterne, das ist so ein Badeöl, also es ist kein Pulver, also Pulver basiert, sondern Öl, es fühlt sich sehr weich an, angenehm und es riecht auch wie Sleepy, nur nicht so stark, es hat noch einen Touch von etwas anderem drinnen, das werde ich euch in die Beschreibung, in die Videobeschreibung packen, weil ich gerade ehrlich gesagt nicht drauf komme, was da noch dabei ist, das ist ähnlich zu Sleepy, aber es riecht noch etwas frischer, nicht so extrem lavendelsüßig wie die Twilight Badebombe, aber das ist wirklich toll, ich hoffe das kommt in die normale Range mal rein, dass man die so kaufen kann, das ist auch eigentlich der Grund, warum man sich so gerne in den Lush Adventskalender doch irgendwie kauft, genau wegen solchen exklusiven Sachen, was schade ist, dass einfach nur viel zu wenige drinnen sind. So, das war es für heute, Türchen Nummer 22 und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten, Türchen Nummer 23. Tschüss!